Eingang? Ja, beim Eingang ist noch ein kleiner Fleck. Das sind drei kleine Flecken. Hm, naja, ich versuch mal ein paar Zeug hier zu sammeln. Mir geht nur noch scheiß Hupen von dem... Ach, das bissl da, was da am Eingang... Ach, das kann's richtig so sein. Vor allem im Pickup, da ist er knapp drei Meter. Wird schon dreimal, dreimal rüberfahren. Das geht schon. Da hatte ich ja eigentlich schon vorher gespartelt. Oh ja, gewiöse. Da kommen 50 Einheiten bei euch noch. Hier noch die anderen Wallen. Hm, ich weiß nicht, ob hinten welche liegen, müssen wir durchschauen. Wenn nicht, dann war's das. Hm, hast du den Wender aber auch gut hingestellt. Ich hab den Wender hingestellt. Ich hab schon volle Granate in die Mitte gestellt. Hm. Gut, also haben wir 99%, 40% werden das Hedge gebraucht, aber naja... Ach, können wir uns ja mal abkalkern, ne? Ja. Ach, das ist ja... Oh, das kleines Träger. Oh, gut, gut. So. Wunder. Mann. Grat. Die Ene-Balle kannst du drauflassen, du brauchst ihn nicht aufgarten. Aber ich will hier ein paar Minuten wegfahren. Weil irgendwie, dann hast du es sass, da die ganze Zeit um zu fahren. Hm. Dann schauen sie sich. Der ist so schwierig zum Steuern, das glaubst du nicht. Na ja. Okay. Ja, da wollte die Bremse nicht voll reingraben finden. Oh. Zack. Wie viel kostet der Zweiggebiet nochmal? 5.000, glaube ich. 5.000. Das geht dir. Hm. Als Pacht und den Tag dann 600 Euro oder so. Das muss man dann aber auch reinbringen, das kannst du nicht auch Zeit mal 120 Schellen. Na na ja, aber der Bienen, Bienen, Dinge bitte unbedingt was ein. Das stimmt. Wenn du dann so ein Fest mit da willst. Oh, das stimmt. 니k. Auf dem Baum kriegst du... 15.000. Mhm, hm. 120 PS. Aber wir sehen und wissen, den dieser GT mit Investoren kann ja auch noch 2.000. Wir sehen. Was kannst du denn jetzt mit Gender 1? ja das wurde oha guck mal der kill marken den 360 der ist cool 380 schon, da bist du 380 Spes 380 und 380 480 Spes 380 Spes 380 Spes 380 Spes im Traumachter machen wir heute was in den er studiert so ein ersterben der Karte vom Sorge und nah bei jeder oder der weiße Lernbeck um den zu schicken ist unmittelbar muss besorgen wurden runtergeladen es muss passen über die Überschreibung Amal, ich sitz mal. Wir müssen uns schon mal unterladen. Der Baum ja wie gesagt, weil wir ja eh noch kein Geld haben. So, aber wie gesagt, können wir mal den kleinen Holzänger holen, oder? Äh, ja. Und Kettensäge müsstet ihr dann selber kaufen, oder wie auch das? Ich hab kein Geld. Naja, kann ich euch dann geben. Stimmt. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Vier Prozent, ne, ne. Ich hab den Lohn kriegen wir hier schon, ne. Ja, als Belohnung gibt es ja gar nicht mehr so weiterarbeiten. Als Belohnung gibt es ja noch mehr arbeiten. Sehr schön. Super stimmt. So, erstmal gucken. Fuss. Fuss. Du willst schon, dass du uns ausbezahlen musst, ja? Überstunden. Ja. Ne. Vierundfünfzigtausend hast du dir Scheißlehne hier ein Holzanhänger. Ach, holz, holz machen wir jetzt? Ne, wir machen erstmal hier, dass das Getreide hier fixen. So. Holzmarking. Mhm. 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 Ich fokke kein Drasher, ich hab gemäßt. Mhm. Egal, der Argo, so. Ist das Verträger oder megal? So ne Galionsfigur. Wie beim Schiff da. Ja. Obwohl ich fokke doch mehr Drasher. Da könnte auch schon mal das Schneidwerk mit rausbringen. Schneidwerk? Welches Schneidwerk? Mhm. Das steht im, im, im. Du musst da aufpassen. Schau. Ähm. Und rausfassen. Vom Harvest da da. Ne. Ne. Vom Mähdrescher. 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 Also das eine da, 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 da. Ja. Ne, das war noch möglich gewesen. Ja, von dem Blauen Traktor. Das ist, ne, dann hast du grad. Aber ich spring dir. Also jetzt, welches Schneidwerk? Da gibt's das Mähwerk oder das? Das Ding da, das Rot. Ja. Das Rot. Ja. Boah, seiert. Die Junge. Nein. Wo sagst du, was das will? Ah, mit nehm. Das ist ne Grün, das wird gleich, wir lassen ja immer. Ja, genau das sind drei Grün. Ja, ich kann so nicht anhängen, bitte nicht. Naja, mit dem nicht. Ist klar um die Ecke. Los. Ach. Na hier, das Grüne noch. Ja. Ja, das ist ne Grün. Oh. Muss ja schon mal mit der Steuerung für alles, wie wir uns recht kommen. Oh. Da war mal da. Das ist auch so ein fetter Schiff hier, das Ding. Hier auch mal zuerst schon, Dirk. Alles fällt dir runter, oh mein Gott. Ne, ne, ne. Nicht runterfallen. Böse. 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 Brauch. Muss Fahmbedienung? Ja. Ach. Da fahnd so was da ausgegangen. Lassen. Warte mal, nee, ich fahr auf die andere Seite. So wie ich es da anhängen kann. Hm? Fahr vor. Jawohl. Und, warte. Ein Stück, noch ein Stück, weiter. Gut, stehen wir. länger den kannst du auch noch mal gut und kann sagen hat es ja eine seite stellst du auf der anderen seite vom anhänger ist sicherlich irgendwann fällt an und schwarzen klar besser man hat als man hätte das kann ich mal endlich mal kommt beim interesse benutzen stadtwerk einzustellen hast du runter was bevor es wird so weg die rechten waren auch mit der nix das ist der ob ich auf jeden fall hier ich schätze da ist trotzdem machen wir noch mal um und schon kommen worden sind wir sind in der Stadt also wie das ist aber nicht nur ein Maldenk immer Strohmann einmal Stroh einmal Karte er ist alles hat alles ein Ballen her Elpig war dabei die Silober nur aber ich glaube es geht nicht mehr lage halte ich mehr mit dem rumpalen dies nicht auf die rumpaßen n so und stro und alles auf die silo platte gepackt hier so und das auch immer ich dann siehst du nicht dunkel m die war mit der beurteilung seit ich die woche das klappt die beurteilung das ist eine beurteilung ja Köln schon mal gucken was gemerkt hat Orsten Armin so behindert dass man mit dem Kind stehen kann aber die Lage haben wir ja nicht ob es weh drin war ich zu stehen die direktort das meiste der Schnellwerk kannst du auch vergessen für das meiste das ist auch 2 Reine höchstens wir sehen jetzt für keine Ahnung 3 Reine dann mal 10 Minuten oder so drin gehockt ja eben wenn es reicht ich will zwei Anhänger machen das ich glaube ne ja halt doch zwei Anhänger so ne ja kompliziert ne so ne was ist die Lage du verdreschen ne 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 verdreschen heil ist schon im letzten Stadium und das Gras schon wieder nachgelassen Brotten hast du ausgemacht oder? das war immer lange dauern na 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 da ist alles ok ist alles ok so ich bin nicht schreiben Mensch gut gut schön dass du hier da bist ich habe mir nur zu Hause WP fragte ich sie ja was bedeutet das Wort Was dusch? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was tust du? Und? So, mich findet er nie. Wenn er mich findet, er gibt einen Preis. Oh nein, du bist gerade durch die Merkel düst, keine Ahnung. Schade. Ach, keine Ahnung. Geht da nicht richtig. Du bist da beim Ding, beim... Von dem Forst, zeig's. Wenn ich ducke, sieht das cool aus. Ja, du ducke. Aber man kann sich ja einen ducke, wenn das durch. Doch, da kann ich. Ja, aber man sieht das dann nicht, die anderen ducke. Du kannst sie nicht, ne? Oh shit. Das ist so blind halt. Muss ich mir reinstellen, mach's nur zu. So. Nö, da würde ich noch einen ducke. Ja, das ist so. Das ist so. Ich bin nicht vorgegangen. Ich bin einfach. jestem auf dem weg, aber ich bin ja so. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Ja, ich bin mir das. Ich bin fast nicht. immer richtig zarten es ist so weit Der steht nicht schon wieder mit, der in Sachsen-Anhänger steht nicht schon wieder mit, der in Sachsen-Anhänger Boah, der braucht schon den ein bisschen, ne? Das ist doch scheiße Naja, jetzt ist die Tastenbelegung wieder umgehauen Muss ich auf B wieder Drascha einschalten Schau mal das Rohr raus Kann ich nebenbei so Mach ich dann Machst du das vorgewendeste Häckseln, oder? Führt ein bisschen die Musik, Haspel noch ein Stück höher Das Stroh nicht normalerweise in so einem Haufen raus Ich habs, ich häcksel's jetzt so Ja, halt Dann muss er dann mit der Pressen der ganze rumwirken Man kann das vorgewendeste auch schwarzen Dann fährst du eh dreimal rüber Du, dann nehm ich mal mal Deutz und pack da mal den... Na, sorg schon Ein groberer dran, dann kann der im Mitteln eine Weile machen Zusammen und schon mal den Ding kaufen willst du das... Borschtgebiet Mh, naja... Wie gesagt, erst, wir brauchen jetzt sowieso noch den Anhänger Und da kostet ja... Ich meine, kann man schon ein bisschen vorbereiten, sagen wir so Ich mache jetzt meine Zeit wieder normal So, und... Schauen wir mal, ob ne irgendwo mal ein... Äh, äh, Angebot war Ne, ich kann ein Angebot, Moment Hm Das ist Weizenow, Gaste oder Gaste? Das ist... Gaste Hm? Musiker machen Gaste RLW Hammer am meisten Oder, ja, 47 Ich glaube, der Heizungsmechaniker kommt jetzt nicht mehr Ich habe jetzt auf einer Seite immer offen gelassen, falls er klingelt Aber Hm Hm Ich bin auch voll in einer Battlefield-Steuerung drin, wo man CT drückt für die Taschenlampe Hm Hm Wer ist ja Ich war einmal der ohne Taschenlampe, ja, baust Wie prozent hast du drin, oder so? Gleich 70 Komm schon Ach, war's schon Ja, da fahren wir nicht durchs Getreide Aber das mit dem Gewür schnervt ein bisschen Du steckst den plötzlich immer drin, keine Ahnung Hm Na, wegen dem Essen drin auch Dann Bei der Die 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 Ja, das wird eigentlich nicht so. So ein Druck, Mopi. Warte mal, das Problem ist, wenn ich B drücke, geht der Herr Drascha mit aus. Weil die Herr Draschen-Kastenbewegung zu scheiß ist. Warte. Kann ich nicht drücken und dann das andere wegen jetzt einschalten? Ne. Ich habe die Tastenbelegung anders eigentlich, aber die hat es irgendwie umgestellt. Komisch. Guck mal jetzt rein. Ja, guck mal rein. Oh, das sind schon gerade Stämme, die aber sicherlich nicht bewegen lassen. Ne. Ne. Ne, leid bleiben ja mal. Richtig schön sogar. Ja. Mhm. Aber viel Arbeit. Das kann schon bald mal wieder nachplanzen. Dann kannst du mir mal so ein Gag geben, dann kann ich schon ein bisschen anfangen. Ja. Was? Nein, bitte schön. was ich habe 991 100 8 9 ein oder zu ihm und wieso geht das Geld weg er verhält er hat ein Kölner die das Wort und Kölner Sau und das auch und der sauer ich wollte das auch nicht sagen da habe ich bei einem dach sauer durchschnitt der sauer auch passiert schon haben wir fangen ja vorne an mit dem holz machen noch weiter vorne da fällt dir nicht um von dem her hast du schon durchgesagt ich hätte hier so systematisch so von rechts nach links und wie gesagt dass wir von der decken wir nicht ich höre mal die idee die in lange der andere hier drüben die sei dass man und da wo ich nicht habe lässt du den träger einfach auf der straße stehen nicht ging da ein bisschen durcheinander stellen wir den so ein bisschen auf die seite so da haben wir die zange tun wir mal zurück setzen genau und die auch noch da haben wir das da können wir ja schon mal vorbereiten bis wir dann irgendwann wie gesagt den Anhänger haben können wir schon mal einen kleinen holzhaufen machen oder sicher und sowas dann muss ich jetzt vom puma das gewicht abmachen auch wenn das dann blöd wird wenn die Anhänger voll sind wenn die Anhänger voll sind was denn du ich habe vorhin überlegt er hätte eigentlich tausende rumfahren können aber das ist mir wieder langs das ist mir wieder langs kümmerst du dich Christoph oder? wegen was? ach mein wegen hier ah nee aber dann ah das muss auch sein bescheid kurzzeitig ja tu mal näher gleich alle Bäume hier fällt ich hab's bei 3 4 5 kannst komm hm ja ja machst du fix Ares oder? wie mach ich das auch mal kauf mal den Anhänger da? mit den Baum stemmen oder? ja ja da können wir ja noch ne haben wir bis 25 Stellen also erst mal alles ein bisschen zusammenräufen damit es nachher leichter geht oder? ja das stimmt ne war mein plan bin da Vielen Dank.